Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part der Herr der Ringe Schlacht im Mittelalter 1. Wir sind Sledge Machine geblieben bei West Mnet, genau, und haben da unsere Ritter abgegradet mit Feuerpfeilen und Schilden, was sehr geil ist. Und jetzt machen wir Ost Mnet, würde ich sagen. Dann haben wir 20,30 Punkte mehr. Und ja, ich glaube, Akt 5, was kommt denn noch? Weiß ich nicht, aber jetzt gehen wir erstmal da rein und holen uns 20,30 Punkte. Ost Mnet, in diesem Hügelland führen die Menschen Rohans ein Leben als Nomaden. Wenn es gilt, ihre Heimat zu verteidigen, kämpfen sie bis zum Tod. Alles klar. Besiegt alle Truppen Isengardts. Okay. Wir müssen unser Land verteidigen. Erstmal gucken, was ist denn hier los? Okay, das ist ja immer. Für nicht hier alle Waagreiter in diesem Gebiet. Okay. Kriegen wir hin, würde ich sagen, ne? Vorwärts! Kennen wir erstmal dahin. Machen zwei Türme. Weil ich glaube, das kann sein, dass... Wir haben ein neues Gehöft. Äh, ja. Was soll ich sagen? Reiter der Marken! Kann gut sein, dass die hier... Verteidigt dieses Land! Verteidigt dieses Land! Du bleibst da stehen, erzählt. Die Schlacht wartet! Männer Rohans! Bleibt da stehen. Das ist immer so... Die Schlacht wartet! Kleine Bataillone da. Die Schlacht wartet! Zurück. Unsere Feinde haben das Land besetzt. Unsere Truppen werden angegriffen! Rettet! Holt eure Waffen! Rein da! Okay. Was ist das? Herschau. Bewaffnet euch mit Schwert und Schild! Lol! Wir haben ein neues Gehör. Das ist nicht mal eine Passivität, das ist einfach... Haltet die Augen offen! Vorwärts! Oh, Hirim! Die Schlacht wartet! Okay. Mutig voran! Die Schlacht wartet! Holt eure Waffen! Ja! Was haben wir tun? Ähm... Ja, Vorposten... Die Schlacht wartet! Ey, wir haben gar keinen Cash für so einen Scheiß! Warum ist das so viel? Wir haben ein neues Gehöft. Holt eure Waffen! Ja! Holt eure Waffen! Könnten halt erst mal so ein bisschen chillen, aber ich... Bleibt wachsam! Will auch keine Zeit verschwenden. Brechen wir auf! Irgendwie die auch immer rumschreien. Schnell! Junge! Was sollen die tun? Folgt mir! Damit... Wobei... Wir reiten! Oh! Oh! Die Schlacht wartet! Reiter der Mark! Rohan darf nicht untergehen! Er hat Staub mit zurück. Bleibt wachsam! Dann wollen wir den vorposten. Weil... Ja stimmt. Erstmal hier schon ein bisschen das bauen auf jeden Fall. Haltet die Augen offen! Reitet! Reitet aus! Ich hab immer noch echt Schnupfen... Was ist das? Das ist ein Lager? Hey! Unsere Feinde! Sie sind hier! Okay, dann machen wir Pause. Mehr Gehörfte ballern, 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 ballern hier. Auf geht's! Ey, Junge. Was macht ihr denn jetzt? Unsere Truppen werden angegriffen! Vor allem diesen Rang 4, Junge. Dies ist so geil. Gehörfte ist fertig. Jetzt kommen! Ich hab hier nichts gebaut, ne? Da muss ich auch nicht. Erstmal... Haltet die Augen offen! Hier! Hier überall. Hier überall. Nein, hier Gehörfte ballern. Wie es geht. Hey, unsere Feinde! Oh, shit. Rohan darf nicht untergehen. Uiih! Unser Land wird belagert. Die Schlacht wartet. Wir greifen ein. Was ist jetzt los? Wir haben ein neues Gehöft. Wir reiten. Ja, ja. Los! Vorwärts! Folgt mir! Junge, da kommt ein Teil. Die ist ein Gott rein. Folgt mir! Vorwärts! Los! Los! Halt dein scheiß Maul, Alter! Was soll denn das jetzt? Lasst uns Orts jagen! Digga, kommt da einfach halb Mittelerde raus aus dem Mordor. Wer ist schenken! Menschen der Riddermarkt! Vergessen so. Lol. Rohan darf nicht untergehen. Bleibt wachsam! Macht eure Taten bereit! Wir haben ein neues Gehör. Rohan darf nicht untergehen. Ähm... Oh nein! Das gehört kein Leben! Reihe neu bilden! Der darf nicht sterben, Jungs! Wir reiten! Wir reiten nach Hause! Geht du mal nach Hause, Alter! Sammelt feuchte Lager ist fertig! So, okay. Das brauchen wir. Äh... Was brauchen wir noch? Wir brauchen Rischkammer. Alter Schwede, Junge! Der darf nicht sterben, das sage ich euch ehrlich. Sie greifen an! Ich meine, ihr könnt auch einfach schießen, Junge. So ist es nicht, ne? Aber es ist noch alles easy. Alles easy noch. Bin gerade nur ein bisschen erschrocken. War da eine Stallungsbräuche? Und Dingsbräuche auch. Ein Schießstand. Nee, nee. Erstmal chillen. Erstmal Spasics machen. Boah, ich kann ja. Lol. Ja, mach mal. Weil... Du heilst dich. Das ist sehr gut. Haltet die Augen offen! Ja, komm, hier. Heilt euch, Jungs! Rückt eng beieinander. So wie beim Lagerfeuer immer. So, ja. Das schafft ihr euch. Komm. Heilt euch. Schießstand ist ready. Eins, zwei, drei. Ich glaube, da. Dahin zu. Weil ich mache keine Bogungsschutz. Ich brauche nur Level 2, äh... Kastaner damit, ähm... Und die mache ich später, weil... Die brauchen... Kommandos, komm, Punkte. Hier wurden Osträfer geballert. Männer Rohans! Ja! Haltet die Augen offen! Da ist ein... Feindlicher Vorposten. Bleibt wachsam! Schnell! Was muss wir fangen, Landreiter der Mark? Auf, auf! Rohan darf nicht untergehen! Sie greifen das Lager an! Menschen der Rittermark! Wir holen uns mal ins Lager jetzt hier. Bevor es der andere tut. Ey! Was? 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 Sie greifen mit euch, ihr Bestien! Wir werden uns immer an diesen Tag erinnern! Genau. Rohan darf nicht untergehen! Haltet die Augen offen! Beeilen wir uns! Komm. Sie greifen an! Das kriegen wir schon verteidigt hier. So stark ist die KI jetzt auch nicht. An eure Bürgen, Landvolk! So, wir haben alles. Wir haben das, wir haben das, wir haben das. Das heißt, wir machen hier... Einfach nur Rohstoff für die ganze Zeit. Bam, bam, bam. Junge, was ist das alles aufbaut? Uiuiui. Ey, Mann, echt, ey. Wir haben ein neues Gehöft! Oh, wir sind fertig! Vorwärts! Haltet eure Brügen bereit! Ihr geht mal... Wir haben ein neues Gehöft! Das muss der Feind sein! Einfach laufen. Genau. Ist rechts auch noch eine Lage? Wir haben den Schießstand verbessert! Wir haben ein neues Gehöft! An eure Bögen, Landvolk! Dann brauchen wir auch keine Dings mehr. Sollen wir nur noch das hier? Was ist da los? Ah, okay. Lasst uns Orts jagen! Vorposten. Und dann können wir auch schon... Das Gehöft ist fertig. Reiter ballern. Unser Land wird belagert! Sie haben angegriffen! Reiter der Mark! Sie greifen an! Genau. Haben wir hier. Jetzt können wir Feuerpfeiler... Haltet die Augen offen! Ey, was soll denn der Scheiß? Oh, hier drin! Ey, jetzt muss ich da wieder hinlaufen, ey. Das Gehöft ist fertig. Das Gehöft ist hier! Schlagt Alarm! Angriff abbrechen! Seid bereit, Bogenschützen! Ja, genau. Digga, von wo kommen die? Wir haben ein neues Gehöft! Haltet sie von uns fern! Was ist die Basis? Ich hätte gedacht, die kommen von da oben, aber die kommen nicht von da oben. Haltet sie von uns fern! Ja, gut, kommt, das können wir jetzt schon kaputt machen. Wir sind hier um unser Land und sind von uns fern! Ihr müsst einfach sterben. Okay, ihr könnt auch Schaden machen, sowas nicht. Sammen! Ja, Jungs, macht was! Hallo! Sie haben angegriffen! Reiter der Mark! Mann, 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 Mann. So, weiter ballern. Komm, Jungs, los, auf geht's. Hier hin. Ey, ihr seid Seuche! Wow, Junge! Wie die rumschreien und dann... Sammen! Sie haben angegriffen! Ja, hier ist das Lager. Reiter der Mark! Haltet die Augen offen! Mutig voran! Er sperre es ein... Auschwix! Lasst uns Orts jagen! Also, sorry, aber... Wir sind hier, um unser Land zu schützen! Wisst, was ich meine. Männer Rohan! Ah, man kriegt's aber auch hin, das ist nicht so... Mutig voran! Ganz so heftig. Hey, unsere Feinde! Oh, Heeren! Sie sind hier! Er könnte ja auch schießen, oder? Könnte was machen auch, oder? Weiter, weiter! Oha! Kriegt er hin, oder? Hoffe ich. So, weiter Reiter ballern. Bis es nicht mehr geht. Das können wir jetzt eigentlich wieder abkreisen, ne? Ja, ressourcentechnisch sind wir jetzt auch ganz gut, äh... Oh, wir haben was gemacht. Verdicht, ja, alle Waagreiter, okay. Wir haben unser Land zu schützen! Wehrtruppen versorgen! Männer Rohans! Sie haben angegriffen! LOL! Bin ich dull? Ich hab's noch gar nicht gemacht. Warte. Gehöft. Macht euch kampfbereit! Alter, der ist... Wir reiten! Arsch, jetzt ein bisschen langsam. Wir reiten! Ey, was macht ihr denn eigentlich da? Reitet! Roh-Herem! Bleibt wachsam! Das Gehirn ist fertig. Digga, das ist jetzt... Männer Rohans! Das sind nur Fernkämpfer? Roh-Herem! Die Schlacht wartet! Sie haben angegriffen! Ja, komm, mach mal kurz. Holt eure Waffen! Hiya! Haltet die Augen offen! Ich glaub, die tun wir mal hier reinschicken, einfach. Mutig voran! Die schwere Rüstung ist fertig! Da sind sie! Wir können keine weiteren Einheiten befehligen. Die schwere Rüstung ist fertig. Haltet die Augen offen! Weil Bogenschützen sind, glaub ich, Key einfach. Bleibt wachsam! Angriff abbrechen! Digga, das könnte ja sein, dass sie es einfach auch schaffen, ey. Ne, das ist aber auch egal. Macht euch kampfbereit! Ähm... Ja! Verteidigt dieses Land! Ich will auch wissen, was da hinten ist. Oh, ihre Männer Rohans! Die Schilde für die Räder sind hier! Die geschmiedeten Klingen sind fertig! Ach, guck mal, aber... Schilde brauchen wir jetzt auch nicht, weil wir keine Schilde mehr brauchen, einfach. Ey, die machen es halt wirklich kaputt! Lol! Ja, okay, gut, dann... Ist auch egal, dann... Helfen mit, Jungs! Ich glaub, so ein paar... Nahkämpfer zu haben, ist auch nicht so... Toll. Das ist noch mal ein Lager. Das ist einfach eine 4x4-Map. Ja, komm, das wird auch noch aufgebaut. Rohan darf nicht untergehen! Aber es kommt. Ich will jetzt alles... Einfach noch mal Ressourcen ballern, komm. Junge... Digga, das ist ein Thumbnail! Digga, das ist so ein Thumbnail, Alter! Guck dir den Scheiß an! Der Schatten wurde zurückgedreht! Guck dir den Sche... Junge, wir haben ein neues Gehöft! Wir haben ein neues Gehöft, Junge, wie das... Gespamt wird, Alter, lol! Krank! Oh, Mann! Ja! War aber doch schön, ne? I.O.M.E.L.L.5 jetzt, nice! Ost-Amnet verteidigt! Die gefangenen Halblinge sind in großer Gefahr, denn unzählige Meilen trennen sie von ihren Freunden. Ihre einzige Hoffnung sind die Krieger Rohans. Na, okay. Das aber beim nächsten Mal, ne? Wie gesagt... Ähm... Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Und einen Kommentar, ne? Ich freue mich auch drüber. Über Feedback zum Beispiel, ne? Also wenn es irgendwas ist, was jetzt zum Beispiel blöd ist, oder... Oh, vielleicht ist es auch... Gibt es auch Sachen, die gut sind, dann sagt es mir gerne. Ähm... Ich bin ja offen für alles und... Dann würde ich sagen... Habt noch einen schönen Abend, habt noch einen schönen Tag und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Äh... Bis dann, ey! Hau rein!